so bringen wir mal das ganze zeug hier wieder weg und du kommst nicht vom fleck wenn du überlastet bist du hast ja keine ausdauer die ausdauer runter ja alles gut ich mache immer bis ich überrasse bin oder kann ich ganz weg bringen wahrscheinlich jeden auf dem haus laufen dass er nur viel viel holz zu sammeln ist ich weiß nicht wieviel du verbrauchst massenweise ok die ganzen werken gas hersteller dann tu das dann machen wir das als erstes meine facke ist aus ja du musst gucken dass du immer ein bisschen kann die fasse und ich hab das schon ich hab das schon repariert alles gut so gucken wir mal das ganze hölzer weg jetzt sehen wir mal die Dreharлыb courter jetzt schauen wir mal die Karte die Drei ich kann dieьюもし nicht auch weiter tun ich weiß nicht ich weiß nicht es kann ich nicht mehr und es muss Ich habe jetzt noch mal Reptilienhaut und noch was in die Gämmerei reingeworfen. Und wir haben wieder fast 500 Volt mehr. Es sind schon fast keine Bäume mehr auf der Lichtung. Ja, das sind eh noch. Ja. Den ganz, ganz großen Bogen hier vorne wirst du... Du brauchst wahrscheinlich ewig, bis du den klein hast, ne? Nee, du kriegst noch nicht klein. Okay. Hast du noch ein bisschen Lade? Das quasi ganz, ganz hellgelbe ist die EP-Leiste, ne? Ist da eine Ausdauer? Nein. Oben über dem Brot. Obenhalb des Roten. Ja, das weiße, ja. Ja, es ist beige. Ja, statt weiß. Ja, bei mir ist es weiß. Ich habe es jetzt mittlerweile alles so eingestellt, dass ich alles sehe. Waffe. Hä? Die Eisenachste immer noch, mit der ich unterwegs bin. Waffe. Waffe. Achso. Waffe. Äh. Ich habe momentan gar keine Waffe. Ich haue da mit der Haut drauf mit, was ich gerade so in der Hand habe. Woher? Waffe. Wie ist das jetzt neigt? O, ja. Wie ist das denn? Ja. Ah. Oh ja. Ach, hier sind die ganzen Steine, ja. Geh nicht drüber. Oh, Vögelsteine? Ich hab schon mal überlegt, ob du mich ankrebst. Will was? Stimmt sogar nicht, ich sitze doch hier noch. So, warte mal. Hallo? Kannst du mir mal den Vogel abnehmen? Ich bin noch gerade da. Vögelste! Der bleibt aber eiskalt gerade auf dich fixiert. Jetzt haben wir ihn. Der, sobald du die Abbau auf was gezogen hast, in der, ähm... Deine Dings drin. Und ja, tatsächlich heißt mein Charakter schon toll. Nur so nebenbei. Achst du, du sollst in die Schmiede reingehen. Ich hab das Ding mit dir gerade zerlegt zusammen. Nee, hast du nicht, weil ich das schon abgeakt hatte. Alles gut. Ich hab doch die... Oder was meinst du jetzt genau? Deine Axt. Deine Axt. Deine Waffe. Achso, ja, die... Äh... So. Was nehme ich schon dafür raus? Die komische Viecher hier. Hä? Da ist eine alte Waffe. Ne, ich hatte... Ich hab, äh... Und welche Viecher rausgenommen. Ich hatte komische... Käfer Zeugs... Was ist das? Insekten. Einfach Insekten. Einfach Insekten. Ja, bisschen... Damit ich die... Was ist gerade los? Ähm... Malstrom endet. Achso. Ich brauch Pflanzenfaser. Achso. しかし. Ich drehe. Einfach Insekten. Und akhir? Okay. Ah, jetzt. Okay. Du musst jetzt ein bisschen reinfuchsen. Ich wollte gerade fragen, wie viel ich... Das Spiel leckt aber extrem teilweise. Wollt mir das überhaupt nicht. Ich freu mich, was das jetzt gerade tut. Ich sammle mir gerade mal Pflanzenfaser ohne Ende. Ich bin eigentlich drauf aufgestiegen. Level 12. Oh, jetzt habe ich keine Stecker. Wenn du Stecker hast... Weiß ich nicht, ich müsste... Alles, was da... Mal gucken, ich gerade am Stecker. Federn... Ne, hat nicht... Kann ich dir nicht helfen mit, gerade? Ja, dann... Oder meinst du Holz? Ne, Äste. 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 Ja, habe ich mit. Ja, ich brauche die. Ja, ich brauche die. Wie viel hast du? Brauchst du? Alle. Warte mal. Ja, die sind... Und die mal bitte in die Schmiede schmeißen. Also, ich habe Äste gefunden, aber ich weiß nicht, wo die, wo bei mir im Invental die sein können. Ach, natürlich, ich habe ohne Ende, die war noch ganz unten, die habe ich nicht auf dem Schirm gehabt unten. 226 Stück, also in die Schmiede hast du gesagt? In die Schmiede, ja. Die Schmiede, hau die Hälfte in die Schmiede und die andere Hälfte ins Lagerfeuer. Oh, okay. Halt, das... Kann man alles doch... So... Lass ein Fündchen. Oh, okay, was ist das denn nicht? So... Auf, da. So. Und. So. Wenn ich Level 16 bin und ich einen Stall habe, sollten wir uns auch mal in die Mitte wagen und mal gucken, ob wir irgendwie einen Touch kriegen. Bitte mal kurz. Okay. Das sind uns mindestens einige Verleichterungen. Ja, wir haben halt die nächsten Tragen. Die ist halt ständig voll. Ja klar. Am Anfang sowieso. Wenn ich zum Beispiel Eisen holen gehe, ich muss dazu weiter in die Mitte rein. Wir haben mit bei uns keinen. So, ich habe jetzt mal aufgeteilt. Boah. Ich habe mal ein Holz. Holz zieh, Holz zieh, Holz. Ich bin zu weit vom Most entfernt. Du musst noch mitkommen. Wo bist du denn? Aus dem Haus, links raus. Ach ne, ist denn los. Ne, ist denn los. Alles gut. Hä? Meine Pieke ist eh kaputt. Ja, ich wollte Eisen holen, aber meine Pieke ist ein bisschen... Ich... Ich habe eine Steinpieke. Ja, ja, die packt mir aber nicht viel. Alles gut, ich komme erstmal zurück. Was ist das Problem, wenn ich... Warte mal. Warte mal. Wenn ich Holz sammelt, muss man sich sowieso dann hier bleiben. Wie du selber sagst. Ja, gerade wegen die Pferde brauchen. Oh, warte mal. Ja. Ich habe schon da... Ich habe schon da... Fiecher. Ich habe schon da... Fiecher. Ich glaube, es kann man auch nicht ein admin Menü einstellen, dass ich da direkt habe. es war jetzt tatsächlich das erste was ich gefunden habe das ist ja da ich jetzt kann er zu soweit die fahrschnitt ich habe mal die gator jetzt wieder mehr gehabt warum auch immer die die füchern morgen gerade anlocken wahrscheinlich in den radios ist das ist jetzt gerade etwas wo so warte mal einstellung ich guck mal was wegen dem menü ich glaube das geht nicht dass du das einstellen kannst dass ich heute gehen kann die frage ist wo ist sich das umstellen ich weiß es nicht ich denke einfach dass das auch nicht geht das ist ja beispiel was aber fach war genauso kannst du dich ja auch nicht mein weit weg bewegen du musst als ich zu losgehen würde ich entweder in den öffentlichen servern oder wenn du ein server kaufst dann geht das ja gut ich hatte jetzt die ganze menü komm zu dir mit ich werde also das Die Frage ist, wo bist du? Du bist links raus weiter, ne? Ja, ich muss gerade suchen, wo du bist. Ich sehe mich nicht. Das ist erstmal relativ. Hauptsache ich kriege jetzt nicht mehr Lust. Ich bin jetzt an diesen komischen Felsen, an den Penisfelsen, was auch immer. Ich bin an der einen Felswand gegenüber. Okay, du hast schon recht. Irgendwo, es geht schneller mit der Axt. So. Lass mit. 24. So. Benutzen. Also ich habe jetzt erstmal. Ja, ich muss morgen irgendwie gucken, dass ich da... Ja, 35 Euro, das hat das gekostet jetzt oder so. Das ist völlig gern. 45. 45. Das ist ganz toll und kostet 85 für ein Jahr. Ja, ja. Gute Vorteile. Du hast einen Vorteil, ich habe das mal ja immer noch ausprobiert. Du hast den Vorteil, dass du echt viele Spiele bekommst. Ich habe jetzt auch extrem kostenlos, die sich dann halt irgendwo lohnt. Weil wenn du dann mal spiele und die hast, die eigentlich, wo ich gesagt habe, die wollte ich mal kaufen. Ich habe zum Beispiel Spider-Man mal runtergeladen, dass meinst du wahr ist. Ich stehe immer noch, ich stehe hier im Wald. Ich bin auch noch PSV-Felsen im Wald dahinter. Ja, kannst du mal zu mir kommen? Ich weiß ja nicht, wo du bist. Du siehst mich auf der Karte. Echter Fall. Und bitte heute noch? Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, hi! Die habe ich auf hier. Der weiße Punkt. Wird wahrscheinlich sein, wie das? Ein weißer Punkt, stimmt was? wie ich das wüsste. Ja, macht eigentlich Sinn. Gib mal kurz. Irgendwas knurrt mich hier an. Oh Gott. Was machst du überhaupt im Wald? Hier fern mich aber wieder von dir. Ich muss ja ein Stück in die andere Richtung nicht richtig im Kopf. Ich bin an der Felswand. Du bist links von mir oder was? An der unten beim Strand? Nein, ich bin an der anderen Felswand. Gegenüber. An der ganz großen hinten? Ja. Alles klar. Wenn du an der einen Felswand stehst, dir ist wohl auf der anderen, wenn ich sage, ich bin an der anderen Felswand. Ja, ja. Alles klar. Naja. Wenn du nicht an der anderen Felswand stehst und du siehst mich an der anderen Seite, wäre ich ja wo auf der anderen Seite stehen. Also... Es sollte eigentlich nicht so schwer sein, zu dem weißen Punkt zu kommen. So. So. Die Viecher jetzt erstmal. Ich bin wieder die Stufe aufgestiegen. So. 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 So.